Du denkst also du bist schnell? Tja, bei Time Attack kannst du es deinen Gegnern auch beweisen. Bei dieser Disziplin bist du zusammen mit deinen Gegnern auf der Strecke und alle versuchen die beste Rundenzeit zu fahren. Man muss also nicht nur hervorragende Zeiten fahren, sondern dabei auch vermeiden im Verkehr stecken zu bleiben. Du hast mehrere Runden lang Gelegenheit die beste Zeit abzuliefern. Aber pass auf, jede Sekunde zählt, wenn du Time Attack Champion werden willst. Kurz vor dem Rennen sprechen wir nochmals mit Raven West Teamchef Ryan McCain. Ryan, war Seneca's verwandter Aufstieg an Überraschung. Stellen Sie eine Bedrohung dar? Seneca hatte Glück, aber sie haben keinen Reservefahrer mehr. Sie bewegen sich auf dünnem Eis und haben keinen Ersatz. Wenn jemand auf ihrem Fahrrad gesprungen vor dort ein Austern ist, ein guter Manager hätte es gar nicht erst so weit kommen lassen. Also, ihr habt's gehört Seneca. Vorsicht mit dem Auswand. Ich sage es nicht gerne, aber Ryan hat recht. Ist echt nicht optimal, wenn man keine Reservefahrer hat. Aber mach einfach weiter so und alles wird gut. Ey, ihr seid vor dem Start nicht so negativ. Keine Sorge, 22. Lass uns einfach tun, was wir immer machen. Ah, ich sage jetzt immer noch mal. gun корпus. Die Sie Arb sibung. Bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020